Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, Sie im Namen des AHA-Hassburt hier begrüßen zu können auf unserer zweiten Zukunftsmesse. In diesem Jahr haben wir uns das Thema Arbeit und was man sich darunter in Zukunft vorstellen kann, als Thema vorgenommen. Ich wünsche hier und heute der Veranstaltung neben einem besseren Wetter möglichst noch viele Besucher. Wir haben uns große Mühe gegeben, für Sie, Fachreferenten, über den ganzen Tag, wie Sie der Einladung nehmen konnten, für Sie zu präsentieren. Im Vorfeld schon Danke für die Aussteller, die die Zeit gefunden haben, seit 8 Uhr hier ständig aufzubauen. Für unser Backoffice, ganz vor allem unsere Silke, die die ganze Schreiberei für den AHA für so ein Event geleistet hat mit ihrem Team. Mir bleibt nichts anderes übrig, Ihnen einen guten Tag, einen schönen Verlauf zu wünschen. Vielen Dank. Applaus